Leute, Season 22 wird krasser als gedacht, speziell was die Buffs der Legenden betrifft, so spezieller Legenden. Da ist noch einiges jetzt aufgetaucht, was Respawn allen Creatoren nicht so wirklich verraten hat. Sie haben ja nur einen Wink gegeben, dass Vantage, Rampart, Catalyst war es glaube ich und Watson und Krypto, das sind eigentlich mehrere, noch ein bisschen mehr Liebe bekommen haben und Leute, ich kann euch sagen, da ist ein bisschen was passiert, was echt, echt krass ist. Das haben einige jetzt noch rausbekommen, sodass ich definitiv überzeugt bin, dass im Allgemeinen die Controller-Legenden wie Watson oder Caustic definitiv in Season 22 gerade in Ranked Meta werden. Alleine durch den Buff, wenn wir in der Zone sind, 25 extra Schild drauf bekommen. Wenn wir dann zum Schluss irgendwann auf rotem Körperschild rumrennen, haben wir ja schon 150 Lebenspunkte nur auf unser Schild. Das ist echt eine richtig krasse Sache und ich möchte euch gleich mal sagen, Watson bekommt wahrscheinlich die meiste Liebe von allen Legenden ab. Ich möchte euch sagen, was da zusätzlich noch rausgefunden wurde und auch Krypto hat einen Buff bekommen, der absolut krank ist. Der ist verdient, aber er ist echt, echt heftig. Wir fangen mit Watson jetzt einfach nochmal an. Sie hat einen neuen Perk auf Stufe Blau bekommen, der es möglich macht, sich selbst und seine Teammates im Wirkensbereich der ultimativen Fähigkeit wahrscheinlich fast doppelt so schnell die Heilungsrate für die Schilder. Negativer Aspekt ist allerdings, dass das Teil extrem schnell zerstört werden kann. Man kann aber mit einem extra Perk, dem letzten Perk, final, den sollte man wahrscheinlich sowieso immer nehmen, kann man nochmal die Lebenspunkte verdoppeln. Und das Geile ist, wenn man den finalen Perk nimmt, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, Power Pile heißt der glaube ich auf Englisch, hast du nicht nur doppelt so viel HP auf deinen Mast, sondern unendlich Schild Regeneration. Das kann sein, dass wenn alle drei Legenden gerade extrem runtergeballert sind, dass das erstmal leer läuft, weil es vielleicht ein bisschen dauert, aber über die Zeit laden sich die Balken der Pilonen, also des Mastes wieder auf und das ist extrem stark für Watson. Und wenn du jetzt noch oben drauf rechnest, 25 extra Leben in der Zone, dann haben allgemein alle Controller Legenden, was ja im Endeffekt auch nochmal ein heftiger Buff für Watson bedeutet, alle Controller Legenden außer Catalyst, also zum Beispiel die Zäune von Watson oder die Covers von Rampart oder die Gasfallen von Caustic, die kannst du auf hohe Distanz deaktivieren. Du kannst bei Watson zum Beispiel auch sagen, alle Zäune, die sie aufgestellt hat mit einem Tastendruck auf hohe Distanz. Ob das unendlich hohe Distanz ist, kann ich aktuell leider noch nicht beantworten, aber das Geile ist, bei allen Controller Legenden ist, wenn du die auf hohe Distanz oder von mir aus auch einen Meter entfernt, egal, deaktivierst, bekommst du die taktischen Ladungen alle wieder zurück und kannst das sofort wieder aufstellen, vorausgesetzt die Gasfalle zum Beispiel, was Quatsch ist, wenn die Schaden genommen hat, explodiert sie sowieso und geht auf, aber gerade die Watson Master, die Zäune, du bekommst die taktische Lade zurück, wenn eben kein Schaden drauf passiert ist. Das ist einfach richtig, richtig krass. Caustics Fallen sind übrigens, wenn es ein befreundeter Caustic ist, sind jetzt grün. Finde ich auch richtig geil. Habe ich gerade Keil gesagt? Finde ich auch richtig genial. Richtig geil, dass du das von Weitem schon siehst, dass es eine befreundete Gasfalle ist oder eben eine rote, dann ist es eine feindliche. Das sollte klar sein. Der Krypto Buff. Er wird einfach mal unsichtbar, wenn er in seine Drohne geht und das ist richtig krass. Wenn du unmittelbar in der Nähe eines unsichtbaren Kryptos bist, hörst du das definitiv. Du kannst ihn zwar nicht direkt lokalisieren, aber du weißt, dass ein unsichtbarer Krypto in der Nähe sein wird. Auf jeden Fall ein Buff, der absolut verdient für Krypto ist, weil meiner Meinung nach auch völlig underrated die Legende. Vantage bekommt ein wenig Liebe auf den Schaden ihrer zweiten Kugel. Wenn du die erste triffst, die erste Kugel ihrer Sniper, wird die zweite, wenn du in dem Zeitfenster bist, deutlich mehr Schaden machen. 25 Lebenspunkte. Das heißt, wenn du den ersten triffst, machst du 50 auf dem Oberkörper. Headshot wären übrigens 70. Wenn du den zweiten Headshot machst, machst du 175 Schaden auf den Kopf. Das heißt, wenn du richtig gut triffst, kannst du mit zwei Schüssen einen Gegner plätten und auf den Oberkörper sind zwei Schüsse einmal 50 HP und einmal 125 HP, so dass du 175 Schaden insgesamt auf Vantage gemacht hast. Dann haben wir bei Ramport auch extrem interessant und relativ gleich wie bei Vantage ihre ultimative Fähigkeit, diese nervige Minigun, ich weiß jetzt gerade nicht, wie sie heißt, bekommt jetzt wie bei Vantage's ultimative Fähigkeit mehrere Ladungen. Das heißt, du musst nicht bis 100% warten. Du kannst Sheila schon viel, viel eher rausholen. Welche Negativ-Aspekte es dabei gibt, dass du das schon früher machst, weiß ich jetzt nicht genau. Ich weiß nur eins, wenn du das Teil zum Beispiel schon früher aufstellst, rennst ein bisschen rum, hast dann wieder eine Ladung drauf, holst Sheila wieder raus, zerstört das die andere Sheila, die du vielleicht irgendwo aufgestellt hast. Sollte klar sein. Und Catalyst bekommt nochmal einen Buff, einen Rebuff, würde ich fast sagen. Sie wurde ja extrem genervt auf die taktische Fähigkeit, auf die Reichweite, wie weit du die Spikes werfen kannst, hat jetzt ordentlich an Reichweite, Wurfreichweite dazu gewonnen und du kannst jetzt extrem weit diese Dinger werfen. Finde ich völlig gerechtfertigt, wie ich finde. Leute, wir sind nur noch wenige Tage von Season 22 entfernt und das wird auf jeden Fall geil. Und es wurde übrigens bestätigt, dass es tatsächlich so ist, in Ranked, wenn du ab Platin aufwärts bist, bekommst du ab Platz 15 kein Minus mehr. Leute, was können wir da wohl rein interpretieren, als dass Master wieder relativ einfach oder wieder einfacher denn je, wenn wir jetzt mal, war es Season 12 oder wann war das, wo Master so einfach zu erreichen war? Es wird auf jeden Fall wieder viel, viel leichter, einen hohen Rang zu erreichen. Ob das jetzt so klug von Respawn ist, die Änderung, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ab Platz 15 da schon 0 Punkte draus zu machen. Es könnte aber sein, und da bin ich jetzt noch nicht so ganz hinterher, dass man dann ab Platz 15 bis Platz 10 aber auch ordentlich was leisten muss, dass du überhaupt Plus machst. Weil 0, klar ist geil, ist besser als Minus 60. Es wird interessant rankt in Season 22. Und ich bin überzeugt, dass die Meta in Controller-Legenden geht. Und ich stark überlege, ob ich von meinen Main-Legenden direkt auf Wurzen wechsle, weil das wird krass. Die 25 extra leben werden krass in der Zone. Die schnellere Heilungsgeschwindigkeit auf Schilde. Du musst mit Wurzen eigentlich quasi fast kaum Zellen mitnehmen. Und dann die passive Fähigkeit, sowieso Schilde zu regenerieren, was ja verdoppelt wurde. Die Heilungsrate in der letzten Season wurde das ja verdoppelt. Das macht Wurzen sowas von brauchbar oder brauchbarer, als sie es eh schon ist. Leute, ich bin gespannt, was ihr von diesen Änderungen noch zusätzlich haltet. Ich finde es auf jeden Fall sehr interessant. Und verbleibe mit freundlichen Grüßen. Wir sehen uns spätestens zum Start von Season 22, wo ich auf jeden Fall rein streamen werde. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.